Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Jump Maps in Minecraft So, die Map, die wir spielen, heißt Dutch Skin 1.0 und ist made by Jordowski und Magizeman Ja, to start So, rules, no breaking blocks, no mods, you can change time if you want, Diamonds are your points, in total there is 20 Play and Peaceful, have fun, zack, check, matey, Cranor und... Nein Serenator ist am Start Early Bitch So, dann... Dann legen wir mal los Au Ich hab Krampelbrot Au Ja, okay, so, das war's damit, let's play together Reicht doch auch so, ne? Reicht für heute Das ist jetzt, let's play alone Let's play Nein, ich muss gar nicht zweimal springen, oh scheiße Nein, ich bin so ein Pro-Jumper Alter Welcher Vollidion hat denn vorgeschlagen, dass wir ne Jumpman spielen? FELIX Nein Die Fenster mehr war viel angenehmer, die war so ohne springen Die war leider scheiße Wer hat überhaupt vorgeschlagen, dass ich sie hier nehme? Hehehe Ja, ich hab das zu beine raus Reicht, dreimal darfst du warten, leer Nein Wo bleibt ihr Bitches denn wieder? Komm, ey, weißt du Ich erinnere mich nur an den Spruch Wenn ich diesen Spruch verkackele, installiere ich Minecraft Und zack, fällt er runter Lass, ich erinnere mich an gar nix Ja, Gottverdammte Eisblocks Nein, ich hasse diese Spiele, die installiere mein Minecraft Nein Oh Gott, ey, schon der erste Sprung ist viel zu heavy Hehehe Oh ja Ey, die pimmeln da hinten wieder rum, ey Warte mal Mir fällt gerade auf, je weiter man noch, je weiter man kommt, umso... Länger ist der Rückweg Jaaaa Für Mie, von Kacke, Mann Total unrealistisch, vor allem Jaa, nicht so physikalisch, komplett unglücklich Gibt's hier nicht Slash Spawn? Nein 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 Warte mal Phil Seid mal oben ähm Phil Willst du ertrinken? Warum ist... Wirst du schon, oder? Willst du schon, oder? Ich will die schneller machen Kann doch sein, dass man hier gar keinen Hunger hat? Nein Ja, wir haben auf, ähm, Peaceful geschehen Ja, wir haben das mal entscheidet Ja, weil der Weg wahrscheinlich so hackig ist Wie lange ist, dass wir jemalig verrecken werden, wenn wir nichts dran essen Das ist ja immer am Ragen ist, ey Nur, nur so mal, äh, zur Info, in der Tour war auch Essen Ja, braucht man aber nicht Das fällt dir ja früh ein Ähm, wieso mir? Ja, es stand, es stand peaceful Nein! Entschuldigung Pah! Das wär man in dieser Map oft öfters hören Nicht von mir Und das musst du mir erlaubt werden Du bist ja auch die Ruhe im Verstand Nein! Ich darf nicht bleiben Nein! Das ist ein Opfer! Das ist doch so ein Opfer Das ist eigentlich da drüben, rechts Wo? Ja, da rechts Eigentlich müsstet ihr untergehen wie die Steine Ich bin ja so schlau und schwimme in Unterwäsche Ich hab jetzt so abwechselnd meine Unterhose an Und die Haare gefärbt Ja, das wollten wir jetzt alle wissen Ich spiele auf leckeren 25 FPS Ich springe natürlich Ich spiele auf einer Jump Map Die eigentlich so richtig schreit Hasse mich Nein! Ich cheate jetzt Wenn du cheatest dann Warte mal Kann man ihn beleidigen, ohne dass es ihm gleich gefällt Was, die können wir nicht mit Game Mode so spielen, dass wir auf die Stelle zurückgehen dürfen, wo wir runtergefallen Mein Leben nicht Hä? Wo ist der? Wow! Immer noch nicht? Dumme Angewohnheit, ey Scheiße Was ist denn mit meinen FPS los? Hm Das passt nicht, das geht nicht Doch, es geht Kann man nicht springen Ja, so eine ähnliche hatten wir sogar schon Ja, da haben wir genau das gleiche gesagt Ja, da haben wir genau das gleiche gesagt Ja, das war genau Das ist wirklich so Knappelsach Ich werde versuchen zu Nein! Ach! Mann! Ja, Raging Felix Oh Gott! Ah, Mann Nee, weiß nicht, ey Da könnte ich schon wieder abkacken bei sowas hier Felix, du hast schon wieder getrunken Hey, ne Also, zuerst spielen wir, was du nicht Das wolltest du nicht Und jetzt spielen wir das hier Jetzt willst du auch nicht Was willst du eigentlich nicht? Mau Ambilla Ich will was spannendes, was spielt zum Spielen und Schokolade Was haben wir denn hier, Bob? Da ist ein Haus Welcome to my world Ach, komm schon, ey Wie dumm kann man sein Wo soll ich anfangen? Nein, ich wollte auch keinen Kommentar sagen Ja, super Mein Gott, warum hat er doppel gelaufen? Doppel gelaufen Ich bin gehässig Ich heiße Felix Ich bin gehässig Ich heiße Felix Weißt du was? Ich spiel jetzt mal mit Third Person Ja, genau Und er ist runtergefahren Ja, aber ich bin zu weit Ich bin gerutscht Ach, komm schon, ey Nein! Ich war so kurz vorm Checkpoint Das darf doch nicht wahr sein Warum? Weil Baum, weil Baum Da fällt der Rüstertrottel Immerhin muss ich ihn so weit laufen wie du Du hast eine scheiß goldene Pissrüstung an Ich hab, das war ursprünglich eine Schneerüstung Ich hab dann allerdings gegen den Wand, äh, gegen den Wind gespielt Gegen den Wand Was hast du? Außerlich nicht gegen den deinem Deutsch Sag es! Sag es! Komm auf die dunkle Seite! Sag es! Nein! Ich hab für dich so sehr! Nein! Irre Frieden! Jedes Mal! Jedes Mal! So ein Gottverdammter Zentimeter, ey Okay, das wird noch ein bisschen dauern, ja Aber ich geh gleich wieder auf meine Minecraft-Serie und spiele daran Dere, wir sind mitten im Let's Play Das strafft mich nicht! Ich aber Ja, aber ich bin da eiskalt Ja, schön Nein! Wieso scheiße? Nein! Wieso steht ihr ne perfekte Bitch zweimal? Ich dreh durch! Ich dreh jetzt auch noch, natürlich! Super! Ich freu mir noch auf einem, so irgendwie was für ein Chapelle, so eine traurige Klamusik Also ich bin dafür, dass man nicht im Sprung will Den schafft man, du hast doch keine Ahnung! Er hat ihn ja schon geschafft Der Regen tut mein FPS jetzt natürlich zugute Kannst du nicht wenigstens jetzt mal kurz den scheiß Regen ausstellen? Geht nicht! Warum nicht? Weil das nur ein übern Rechner gehosteter Server ist und keinen gekauft hat Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gleiche Stelle Weißt du was? Ach, scheiß auf Lol, er hat's geschafft! Da war ich auch schon Sag mal, hast du beschissen? Will dich nie wagen Phil? Alter! Phil, du kleine Arschhube! Alter Phil, du hast beschissen! Ich will den niemals! Ich will den niemals! Du! Er ist beschissen! Er hat beschissen, der Assi! Ich will den nicht! Ich will den nicht! Nein! Ich will den nicht! Wegen dir habe ich ihn geschafft! Wau, ich hab ihn geschafft! Zwar nicht mehr unbedingt mit fernen Mitteln, aber ich hab ihn geschafft! Und das ganz ohne meinen Game Mode, den ich mir gerade gegeben habe auszunutzen! Wenn ich die kleine Suche jetzt runterspringe, dann werde ich noch ewig mit diesem Ton merken. Ja, ist okay. Also mich macht der an. Ich komme da nicht, Rüger. Ich mache das an, was ich tue, sage, mache, für das ich stehe. Ich brauche das gar nicht versuchen, ich komme da nicht, Rüger. Es ist ein klein, genauer Millimeter, den du da machst. Ja, ich habe es jetzt auch geschafft, obwohl ich einen Game Mode anhabe. Ja, aber ich habe immer... In dem Moment, wo ich da bin. In dem Moment, wo ich drüber rähme, bin ich immer mit dem Gesicht genau vor dem Block. Ich komme da nicht drüber. Warte mal, ich springe an. Ja, warum springen die Bitschen? Mal, mal. Hör auf, Bitschen zu sagen, das ist mein Wort. Bisch... Tischlampe, Duschlampe. Tischlampe. Du hast ja keine Ahnung. Nein. Ich stimmt, okay. Also dafür gebe ich, Basti, darf man sie wenigstens zurückfliegen? Ja, ich habe den Game Mode auch an, aber ich benutze ihn nicht. Ja, ich meine, aber für das, was du dann gemacht hast, darf ich ihn benutzen. Ja, ich benutze ihn ja nur, um zurückzufliegen. Und man kann... Man kann es ja steuern, ob man ihn ausfüßt oder nicht. Ich weiß. Wenn ihr so fair seid, dann ist es okay. Aber wenn nicht, dann... Dann lass das. Ach, fuck. Dieser Regen geht mir extrem auf den Pisser, ne? Leute, ich leg mal Betten hin, lass mal schlafen. Weil vorher sonst geht der Regen nicht weg. Wenn ich Betten finde. Hör mal meinem Haus nach. Das wird wahrscheinlich 5000 Mark. Ich werde dir den Arsch bis zum Scheitel aufreißen, wenn du dich aufreißen. Was ist denn ein Fire Charge? Und ja, ich weiß, dass der es wahrscheinlich gefällt. Irgendwann, Game Mode. Ich bin so doof, im Game Mode die Betten zu finden. Im Schalter. Ach, da. So, Leute. Einmal eine Runde schlafen, bitte. Nee, bin ich zu weit. Ich komm da nicht. Ich komm da nicht, ich komm da nicht, ich komm da nicht weiter zu probieren. Ach, sehr, Kopf hoch, wir sind das selber noch nicht so weit. Nein, der hat zwar mal gesprungen, wir sind es mal drüben. Anna, es ist schon nicht, es ist auch schon nötig, ich bringe den jetzt weiter zu mir. Ich hab's auch geschafft. Ich hab's auch geschafft. Ich hab's auch schon mit mir. Ach, meine FPS. Ja, genau. Ach komm, das ist doch kacke. Ich hab das Ziel gefunden, ich bin fertig. Ja, genau. Bist du jetzt einmal da rüber geflogen, oder was? Nein, nein, das ist da drüben, auf der anderen Seite, also links, also hinter uns. Ach ja, ganz im Ernst, ist mir jetzt scheißegal, ich mach mir jetzt hier einen Checkpoint. Bin einfach zu noob-like für. Hey, wie's ich packe. Serie, ich hab da nen Checkpoint eröffnet, Leute, ich hab's ja nicht mal den Block zutritt. Oh, leid. Eindlich. Wow. Drüben. Noch ein Checkpoint. Ja, genau, jetzt durch ein Rückleih. Ey, wir hatten da Wasser hingebarmt. Ich, das ist jetzt ein Checkpoint. Ich hab so Probleme mit dem Regen. Ach, komm. Ja. 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 Boah, jetzt wird auch noch dunkel, da leckt mich so. Wir sind nochmal perchtet. Leute. Was ist dein Geschaffensprung? Ja. Mit Glück, glaube ich. Oder einfach mit dem Game-Mode. Ja, sicher. Oh, ich hab's. Oh, 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 und ganz ohne Cheating, also, na fast. Checkpoint, nice job to so far. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das Glas hab ich ja claimiert. Ja, können wir uns jetzt mal bitte hinlegen, dass dieser beschissene Regen weggeht? So, und dann wird euch nämlich auch allen in der Game-Mode genommen wieder. Okay. Brauchen wir nicht vier B... Okay, ich hab's grad selbst gemacht.